den Gummipropfen vorne drauf verhindern dass der Teilfang jetzt hin wird seit gut mehr als drei Jahren hält das Teil obwohl ich wirklich viele Teile drauf schieße das hat übrigens auch von Versuchen mit normalen Putzen hier einfach ein Tuch aufgehängt dass man es gut sieht wohin man geschossen hat heute zu wenig Wind für meinen Downwind Wing Foil Board und versuchen wir es wieder manchmal bleiben natürlich diese Gummipropfen beim rausziehen hängen zum Beispiel sind wir vielleicht bei 22 bis 22 Metern so muss das auch schauen das ist natürlich zu wenig manchmal kommt auch ein anderer mit aber es ist einfach praktisch hier greife ich hin hier noch geben gleich ein ich könnte gleich so ich mache es auch mittlerweile lieber mit Daumentzug allerdings nicht so langsam so muss das auch schauen so muss das auch schauen so 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 so